Ein paar liebevolle Streicheleinheiten oder sich einfach auf den Boden wälzen. Das passt zu Sam und Sierra. Die beiden Hunde leben im Tierheim Baumau-Insel in Kassel und suchen ein neues Zuhause. Sam ist sieben Jahre alt und kastriert. Er ist durchaus neugierig und lässt sich sehr gerne streicheln. Der Rüde hat eine deformierte rechte Vorderpfote, vermutlich aufgrund eines alten Bruchs. Deswegen sollte sein zukünftiges Zuhause möglichst keine Stufen haben. Sierra geht gerne auf Erkundungstour. Die Hündin ist acht Jahre alt und ebenfalls kastriert. Sie kommt wie Sam aus einem Partner-Tierheim in Rumänien. Sierra muss noch etwas winterspecklos werden. Wie sie und Sam auf Katzen und kleine Kinder reagieren, ist noch nicht bekannt. Lucy mag es gerne ruhig. Manchmal sucht sie sich auch einen Rückzugsort. Wie Sam und Sierra wartet Lucy im Tierheim Baumau-Insel in Kassel auf ein neues Zuhause. Sie ist zwei Jahre alt und kastriert. Wie Lucy auf andere Katzen reagiert, ist bislang leider nicht bekannt.